Zunächst die Kurzmeldungen im Überblick. Einen neuen heiligen Florian bekommt die Fassade der Feuerwehr Traboch in diesen Tagen. Verantwortlich dafür ist der örtliche Heiland, nämlich Künstler Reinhard Heiland. Kräftige Mithilfe gab es auch vom Trabocher Pfarrer Robert Schneeflock, der einst Maler und Anstreicher gelernt hat, sowie vom Trabocher Feuerwehrkommandanten Johannes Brein.